Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkey, ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 30.09.2021, damit den letzten Handelstag im September und zum 29., also zum Mittwoch, haben sich jetzt hier ordentlich am Flugzeug festgekreilt. Die Jungs und Mädels, die hier gestern rausgesprungen sind, haben sich hier gut festgekreilt, ob das reicht, ob das hilft, ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Wir gucken mal drauf, gesehen haben wir eigentlich, das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, es sollte eine Erholung werden, das hat er uns angezeigt, direkt schon vom Start an, Aufwärtsgap reingedrückt und dann Stück für Stück die einzelnen kleinen Zwischenziele abgearbeitet, die 360 haben wir bekommen hier, wir haben die 4.15 bekommen, aber die größeren Ziele hier im Bereich um 500, im Bereich um 550, das ist alles noch nicht angelaufen und deswegen würde ich zum Donnerstag sagen, sollte man dort trotzdem noch genau hinschauen, wenn ihr jetzt beispielsweise wieder mit Aufwärtsgap reinkommt und ich sag mal, der drückt sich über 3.80, 3.90 rein, dann könnt ihr nochmal versuchen, so eine zweite Bewegungswelle hochzuschrauben, wie es von hier ist und die kann dann durchaus in den Bereich hier reingehen halt, also in die Zone, das wäre dann so zack, 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 hier hoch und dann von hier vielleicht wieder runter, das würde ganz gut passen. Ansonsten hätte er jetzt runter zu, ein bisschen mehr Platz einfach, dadurch, dass die Bänder, die fallen ja, sind abfallend, auch die 200er Durchschnittslinie hier auf Stundenebene fällt, zwischenzeitlich nun auch mal, das hat man auch schon ein Weilchen nicht mehr, dadurch hat sich das untere Band hier so im Bereich um 15.180 gelegt. 15.180 ist natürlich auch eine Unterstützung gewesen, die so ein bisschen da vor diesem Gap drohend. Und wenn wir unseren DAX kennen zum Donnerstag, dann ist der ja gerne mal ein bisschen auf hin und her aus, ne? Der haut gerne volatil einfach zur Seite, das sehen wir relativ häufig an dem Donnerstag. Das heißt, sehen wir keinen Aufwärtsgap, sehen wir den DAX nicht über 3.80 rein starten. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir A, die 2.60 hier closen, also das Gap zum Dienstag, dass wir das zumachen und er dann hier runter geht, alle Leute damit rechnen, der macht jetzt hier bei der 15.1.10 das Ding zu und dann dreht er sich von hier aber wieder volle Möhre nach oben und macht von 15.1.80 erstmal wieder in den Bereich um 15.300 rein. Das würde ganz gut reinpassen jetzt zum Donnerstag, das könnte ich mir gut vorstellen. Auf der Oberseite ist der Bereich um 555 für mich sehr interessant. Und ich sag mal, so ein Spiel in der Zone kann er eigentlich wild drin rumtampeln. Vielleicht macht das gar nicht so hoch, vielleicht geht er nur hier in dem Bereich um 4.60, 4.80, holt aber unten die 1.80, springt einfach von hier unten, dann nach hier oben und wieder zurück oder andersrum. Erst hier hoch, dann hier runter, das wäre auch legitim. Und dann wieder seitlich zurück. Das würde eigentlich so zu einem Donnerstag passen. Also dieses Schwingen einfach, dieses hin und her schwingen, das würde gut zu einem DAX passen. Egal ob zuerst oben oder unten. Das seht ihr, wenn er rein startet, das seht ihr bestimmt in der Eröffnung, ob er Stärke oder Schwäche hinten an den Tag legt. Momentan ist es nach wie vor noch so, dass im DAX immer die ersten Minuten ganz gut das Movement vorgeben. Das ist schon seit ein paar Wochen recht zuverlässig, das auch nicht immer so im DAX, aber funktioniert die letzten Wochen ganz gut. Das war einfach früh so ein bisschen guckt, wie sind so die ersten Minuten. Und wenn er da Schwäche zeigt, wie gesagt, würde ich ihm ein bisschen Platz geben bis 15.1.80 und dann natürlich der 2.65 ist auch eine Unterstützung. Und halt auf Stundenebene dann gucken, kommen dann fette grüne Kerzen, dann so einen kräftigeren Rücklauf vielleicht auch mit einem Plan. Solltet ihr hier drunter gehen, per Stunden Schluss auch und sich hier unten rauslehnen, aus den Bändern auch hier rauslehnen, dann geht natürlich unten auch Risiko richtig auf. Und dann möchte ich auch keine Ziele nennen, sondern da wirklich gucken, solange wieder rote Kerzen kommen, ist dann da noch Potenzial unten zu suchen. Und Punkt. Aus, Ende. Ja, aber für mich attraktiv ist es eigentlich so der Bereich um, ich sag mal 4.80, 500 und 5.50 oben. Und auf der Unterseite der Gap-Close bei 2.65 und die 15.1.80. Das sind für mich die wichtigsten Marken zum Donnerstag. Wie gesagt, typisch wäre, wenn der DAX hier noch einher springt. Aber achtet auch darauf, dass ihr da eine klare Umkehr seht. Nicht jetzt einfach per se dann sagen, ich gehe jetzt hier bei 15.1.80 all in long, weil der Martin gesagt hat, er dreht von dort gerne hoch. Wartet halt auch eine Umkehr ab. Das bringt nichts, sich dann da einfach gegenzustellen. Nachher ballert er da eine rote Kerze nach der anderen durch. Sie oben. Ja, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nur wirklich eine Umkehr eben drin hat. Nicht, dass er dann rausspringt und können das auch auf der anderen Seite durchsprechen. Was unten im Übertreibungsmodus möglich, ist es natürlich auf einem Donnerstag auch oben möglich. Es gibt beide Varianten. Sollte er hier brachial drüber gehen, durch die 5.50 auch Stundenschluss, dann geht es direkt in die 6.70 wieder rein. Und wenn er da oben ist, dann hat das, das hat man gestern schon mal durchgesprochen, dieses Szenario, dann kommt vom Donnerstag, dann wird der Freitag positiv werden halt. Also wenn er hier oben zum Donnerstag reingeht, dann wird der Freitag auch positiv werden. Das ist eigentlich schon fast dann ins Buch geschrieben. Und ja, das soweit meine Erwartungshaltung. Das heißt, ich kalkuliere ihn zwischen 15.180 und ich sage mal 15.84 bis es weit ist. Es kommt darauf an, wie er startet. Wenn er zuerst hochstartet, dann ist die 5.50 wahrscheinlich. Aber geht er zuerst zu unten raus, wird sich eher so 4.80.500 einordnen, von hier unten kommt, dass er an die rote Linie dann ranspringt und dann wieder zurückkommt. Startet er zuerst oben rein, würde ich denken, er geht hier rein, kann aber dann trotzdem bis hier runter. Und dieses Hin und Her. Übertreibungen sind möglich, außer alles unterhalb von 15.180 ohne Grenze und oben oberhalb von 15.50 auch ohne Grenze. Also alles, was da drüben hinausgeht, wäre dann positive Überraschungsmomentum. Alles, was hier unten unter 15.180 geht, wäre ein negatives Überraschungsmomentum. Und von daher würde ich es eigentlich so fast festmachen. Wir können, wenn wir wollen, hier so ein paar Pfeilchen reinsetzen. Das bietet sich durchaus an. Also auch hier durchaus in dem Bereich. Es bietet sich aber auch oben einer an. Das muss ich einfach hier ein bisschen abgrenzen. Das sind so für mich die relevanten Bereiche. Okay. Wollen wir noch einen Tagesschart kurz gucken, aber ich glaube, so viel gibt es da gar nicht zu sagen. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass der Dachs so lange Kerzen schon öfters mal gehabt hat, dass wir ganz, ganz doll aufpassen müssen, wie er kontert. Weil die letzten Male, wo das so war, sei das hier, sei das hier, sei das auch im Januar hatten wir sowas. Hier der Dachs immer am Folgetakt mit Grün gekontert hat. Und deswegen ist hier jetzt auch anhaltende Stabilisierung, anhaltendes Auftreten, weitere Hochs. Und da sind wir wieder bei dem Thema über 55. Muss man aufpassen, muss man vorsichtig werden. Wir haben jetzt schon eine erste Stabilisierungskerze. Für mich ist es eher eine schwächliche Kerze. Also man hat, man hat eine Erholung versucht. Man hat versucht, das zu machen wie die letzten, letzten Male hier. Aber man sieht auch ganz klar, diese Tageskerze sieht anders aus wie die anderen hier. Sieht anders aus wie die, wie die, wie die, das sind, das sind geschlossene Kerzenkörper. Das ist eine ganz schöne Unsicherheitskerze. Und ja, die gibt natürlich auch unten jetzt noch, lässt noch Motivation offen. Definitiv. Ja. Ja, und von daher sind eigentlich schöne Punkte, die man im Zwei-Stunden-Shart hier mit haben. Wie gesagt, plant ein bisschen seitwärts. Ähm, wartet die Kontersignale und wenn ich dann über drei Punkten zum Donnerstag immer gerne gesehen. Aber viel, viel, viel häufiger ist einfach dieses, dieses volatile hin- und herschwingt. Das ist so. Damit soll das eigentlich schon reichen. Ähm, mehr kann ich euch nicht mitgeben. Und Punkt. Aus. Ende vorbei. Viel Erfolg. Gutes Gelingen. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020